Die Nasdaq steigt weiter, der Index unaufhörlich hier auf dem Weg nach oben. Es gibt überhaupt nicht hier irgendeine Art der Schwäche hier zu erkennen. Im Gegenteil, die Bewegung sehr stabil, sehr ausgeprägt nach oben, wenig Rücksetzer, überhaupt keine schlimmen Überschneidungen oder sowas in der Richtung hin und wieder mal im Kleinen. Aber insgesamt kann man sagen, die Bewegung stabil weiter nach oben gerichtet. Es gibt überhaupt gar kein Ungemach. Aber es gibt einen Zusammenhang und da will ich jetzt mal zwei vergleichen, zwei Märkte miteinander vergleichen, die man vielleicht sonst gar nicht so sehr auf dem Fokus hat, aber die auch gerade in diesem Zusammenhang hier sehr, sehr gerne genannt werden. Also hier kann man eigentlich nur sagen, sieht nach aufwärts aus, gibt keinen Grund jetzt hier in Sorge zu geraten. Da muss schon ordentlich ein Rücksetzer sein. Und denkt immer dran, ein Rücksetzer so wie dieser hier oder ein Rücksetzer wie dieser hier, der alleine reicht ja nicht aus, sondern guckt immer, dass ein solcher Rücksetzer passiert und dann irgendwie etwas, ich mache es mal hier andeutungsweise, irgendetwas so. Das würde zumindest vorläufig dann mal die Abwärtsbewegung, Entschuldigung, die Aufwärtsbewegung beenden und erwarten lassen, dass das, was wir vorne haben, hier hinten nochmal passiert. Aber ihr seht, auch dieser Rücksetzer ist ja im Verhältnis der Gesamtbewegung noch ein relativ kleiner. Noch zeichnet sich das aber nicht ab, noch gibt es nicht diesen ersten Impuls hier nach unten und insofern dann auch nicht irgendwie was dahingehend zu tun. Aber es gibt einen Markt, den man im Zuge der Nasdaq-Bewegung, der Tech-Titel immer wieder nennt und das ist der US-amerikanische Treasury Notes Markt sozusagen, also der Zinsmarkt, also in dem Fall die US Treasury Notes. Das sind die zehnjährigen Staatsanleihen oder die mit ungefähr zehn Jahren Restlaufzeit. Und dieser Markt, wir sehen das hier im Tagesbasis, ist in der Aufwärtsbewegung, ist allerdings in einer sehr wackeligen, sehr korrektiv anmutenden Aufwärtsbewegung. Und die Gefahr besteht, dass dieser Kurs jetzt tatsächlich hier nach unten kommt. Das ist nur ein Angebot. Es ist jetzt nicht so, dass das definitiv passiert. Er hat den blauen Pfeil gemalt, das passiert jetzt auch. Aber das wäre die Frage, denn die eigentliche deutliche Bewegung, die Schubbewegung war nach unten, das Wackelige nach oben. Und wir wissen, dass das eher kritisch gesehen wird für die Tech-Titel. Und wir erinnern uns, dass die Phase, wo der Markt so schnell, so stark runtergekommen ist, für die Nasdaq-Titel am schwierigsten war. Naja gut, dann können vielleicht die Dow Jones-Titel, die Value-Titel ein bisschen mehr davon profitieren. Das kann durchaus sein, dass das dann einen positiven Effekt auf der Standardwerteseite hat. Aber für die Techies wäre es sicherlich nicht ganz optimal. Aber worauf ich hinaus will, ist die wackelige Aufwärtsseite hier. Und jetzt gucken wir uns mal an, als Vergleich, wie ist es denn bei den europäischen Staatsanleihen bei den 10-Jährigen? Die heißen dann natürlich nicht Treasury Notes, sondern die heißen bei uns dann Bund oder die Bund Futures. In dem Fall ist das jetzt hier der Bund Future. Das sind die entsprechenden für den Euro-Raum sozusagen. Und da sehen wir, dass der Zeitraum hier auch nach oben gegangen ist, aber sogar impulsiv. Also wir sehen, das ist hier sogar latent. Das ist nur mal angedeutet, jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5-wellig nach oben geht. Das haben wir ja immer ganz gerne als Haupttrendrichtung. Wenn wir so etwas sehen, dass etwas 5-wellig läuft, dann ist das eigentlich ein Klassiker für die starke Trendbewegungsrichtung, für die ausgeprägtere. Und dann müsste idealerweise was Wackeliges kommen. Ich habe hier mal vorsichtshalber mal, das muss noch nicht jetzt sofort der Fall sein, aber vorsichtshalber mal ein paar FIBO-Linien eingezeichnet und die würden ein Rücksetzer, ein Kursrücksetzer, vorsichtig, hier betrachten wir die Kurse genauso wie bei den US Treasury Notes, ein Kursrücksetzer bis zur 50er Marke wäre nicht untypisch, das wäre 171,50. Aber wenn der korrektiv ist, wäre die nächste Erwartungshaltung, dass wir dann entsprechend das, was wir vorne haben, und da war ich hier sogar noch sehr harmlos von der Verlängerung, dass wir das hier hinten nochmal bekommen. Also Ziele 177 scheinen dann alles andere als völlig abwegig zu sein. Das ist ein völlig anderes Bild gegenüber den Amerikanern, denn hier sehen wir, dass hier Mitte Mai bis zum Mitte Juli, also bis aktuell der Kurs eigentlich sehr zügig nach oben gegangen ist. Wenn wir das vergleichen mit denen hier, das war hier schon im März nach oben gegangen oder Anfang April kann man sagen, aber die Bewegung ist doch relativ harmlos nach oben, also viel, viel korrektiver und wackeliger. Allerdings ein bisschen Entspannung gibt es. Aktuell sind ja die Aufwärtsbewegungen noch stark und die Abwärtsbewegungen, ihr seht das hier, hier vorne war es ein Dreiweller ABC und hier könnte sich jetzt auch wieder so ein Dreiweller anschicken ABC und das wird also sogar noch ein bisschen nach oben gehen. Das halte ich für relativ realistisch. Nochmal kurz der Zusammenhang für all diejenigen, die das nicht auf dem Radar haben. Wenn die Kurse steigen, das sind die Preise, also das muss man bezahlen für so eine Treasury Note hier oder für den entsprechenden Future. Das sind die Preise. Gehen diese Preise nach oben, also sprich steigt der Kurs, dann sinken sozusagen die Zinsrenditen. Alles safe für die Tech-Titel. Solange es hier nach oben geht, völlig unkritisch. Nur wenn der Markt insbesondere schnell nach unten geht, wenn diese Preise sinken, dann steigen umgekehrt die Zinsrenditen. Das hat nichts mit den Fettzinsen zu tun. Die Notenbank, also die Zinsentscheidung sozusagen, der Notenbank ist davon erstmal gar nicht betroffen, das hat damit nichts zu tun, sondern es sind die Renditen sozusagen auf die Staatsanleihen hier und die würden dann entsprechend hochgehen, wenn dieser Kurs nach unten geht. Dieser Zusammenhang ist der gleiche beim Bund-Feature, also auch hier die Zinsen sinken, die Zinsrenditen sinken, wenn die Kurse nach oben gehen würden. So, das einmal als Idee dazu. Auch hier kann man nochmal abschließend zusammenfassen. So im 4-Stunden-Chart, okay, im Moment geht es ja nach unten, aber diese Abwärtsbewegung ist nun mal noch korrektiv. Also auch hier sieht es vorläufig nochmal nach oben aus. Also man kann diese Märkte auch tatsächlich handeln, einfach so als Markt, aber man kann sie eben auch als eine Art Indikation benutzen, wie sieht es denn an den entsprechenden Zinsmärkten aus, beziehungsweise für diejenigen, die das im Fokus haben, was bedeutet das denn für entsprechend anhängige Papiere, seien sie Tech-Titel oder sei es andere Märkte, die ebenfalls sehr stark von Zinsen abhängig sind. Da gibt es ja den einen oder anderen Zusammenhang, der auch gesehen wird, zum Beispiel bei Gold. Solange es Papiere gibt, die eine Zins abwerfen, werden diese gerne bevorzugt gegenüber Gold, weil Gold eben nicht Zinsen bringt, sondern sogar noch kostet, weil man ja eben noch Lagerungsgebühren hat und das eben für viele ein Argument ist, warum das eben dann sich eher umgekehrt dann auswirkt. So, soweit mal der Zusammenhang hier. Die US-amerikanischen Staatsanleihen und die europäischen hier mit dem Eurobund beispielsweise. Euch jetzt erstmal alles Gute, toi 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 an den Märkten und liebe Grüße.